2 Ballernab Ruhm Irre Oh, what the fuck Oh, man Klauter mir das Kack-Boost, ey Mein Nein So schlecht Wollte aber es nie durchbekommen Oh Oh Ich greife an Oh, du nimm Ja Habe ich jetzt nicht optimal gemacht Ah Nein Oh, shit What the fuck Ja Marco mach ihn doch bitte Jetzt Jens, gönn dir Ja Natürlich Also es ist ja Markus Skill ist einfach unbeschreiblich Ich hatte gar Kamera mich ganz ignoriert, ich hab den bestimmt verunsichert Ja Jens, du bist alleine Komme Komme Gleif an Schön Oh, sehr gut Der will dich killen bestimmt Doch Vielleicht doch Ich hab ihn nicht Marco Oh Jens, Jens, Jens Danke Oh Schön Wollt keiner haben Ja Jens Oh Der geht ins Tor Schön Schön Ich bin im Tor Schön Hab ich Ich bin aber auch immer gefährlich hier die Scheiße Ach du Scheiße Hab ich Schön Ich bin hinter euch Und ich greif an Und ich greif an Bin hinter dir Ja Oh, er geht Oh Oh, na shit Oh man Oh, ich bin auf ihm gelandet Shit Oh, ich bin vorbei Ich bin außer Gefecht, ihr seid alleine Ich bin immer noch außer Gefecht Ich bin immer noch außer Gefecht Aber Dürfte nicht gefährlich werden Jens, hau ihn weg Nochmal Ich bin neben dem Tor Alles cool, nehm ich Nix, hab verkackt Danke Habe ich Habe ich Ja Ui, die machen Druck Äh, falsche Richtung Jens Ich nehm Bin hinter euch Bleib im Tor Nein Der geht Achtung Ah, schlecht Schön Schön Ah, fuck Oh Nach hinten Oh Gott, und wieder noch den L Hä, was, okay, jetzt war es bei mir ganz komisch Der Ball hat da auf einmal ausgerastet Ja, hat sich die angepasst wahrscheinlich Oh shit Jetzt 10 Sekunden Einer mal aufgreifen Sehr gut Oh shit Oh 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 Was ein Match, ey Ja Haben wir jetzt 1-0 gewonnen Ja Und das nur wegen deinem Und das nur wegen deinem krassen Tor Äh, so hoch bin ich jetzt, bin ich ja fast an der Strand Round 2, Fight Jens, hat seinen Rücken eingerankt Und da sind wir jetzt um wieder Jens, hat seinen Rücken eingerankt Oh, oh Ähm, okay, ich geh ins Tor, kein Booth Oh, der Booth, ich bin im Tor Und ich bin der safeste Torwart, den es gibt Ah Sehr gut gemacht, Marco Oh, sehr gut gemacht, Marco Ah Er hat sein Leben geopfert Loser Oh Oh Boom, boom, boom Okay, also ich hab jetzt die erste halbe Minute gespielt und äh, jetzt gefriert Ich hab zwei Punkte schon Hehehe Hehehe Ich hab mehr Wo hab ich die erste halbe Minute? Also Marco hat so viele Punkte wie ich Tore Hehehehe Vorlage hast du vor einmal gekriegt Ach, ich hab total verkackt Jens, für dich Jens, für dich Ocean Oh, Jens, du Egoist Na, ich dachte ich würde nochmal damit ihn ja nicht kriegen Der war doch super langsam Nein, Marco wäre allein durch gewesen Hättest du den nicht berühren können oder die Richtung machen können, denn ich hätte nicht abstauben können Ich will mal ein Ziel und dann Marco anschreien weißt du ich mein finde ich prinzipiell gut aber hätte falsch rüberkommen oh oh fuck oh shit oh war das glücklich alter vater schön der wäre sowas von drin da ist ausgeplayt drei leute leute 30 unter gerankt wurde sonst würden die sagen was sucht denn der diamant spieler da auf dem letzten platz jeder da wohin gehört spaß er ist vorlage ich will jetzt nicht sagen dass euer profi spieler den gemacht hätte fliege nachher jens wir müssen hier her nein das falsche effekt ich wollte den ganz entspannt weg machen holst du mal eine ruhige kugel schieben also ich hab eigentlich alle gebumst jens hat die vorlage gebracht und marco hat es vorgemacht ja ich meine geht gott sei dank nicht also hier sieht es so aus als wäre man genauso gekommen wie ich mit dem doppelsprung aber auf meinem bild ich schwör euch da war ich 20 kilometer hoch also ich will ihnen nichts sagen aber ich glaube die verlieren ich habe ein tor von dir gekillt ja nein nein Nein! Wer hätte das Tor gemacht? Oh, Jens, oh, es tut mir leid. Der wär nicht, der hat den Lokalten hier. Stimmt, der wär nicht. Du musst den nicht aufgeben. Ja, wäre. Hä, wer ist denn jetzt kaputt gegangen? Ich hab den zerstört, was? Ich hab den sogar berührt. Natürlich, Marc. Ach nein. Entschuldigung. Genau in die Richtung wollte ich. Oh, der hat aber gezuckt. Oh, der zuckt. Oh, der zuckt. Internet. Internet. Ohne Scheiß, immer diese aus. Oh, das Internet. Das ist grad voll wichtig. Du bist jetzt einfach nicht nur ein Tor machen. Ah. Kann ich auch faken. Oh, warum ist Marco denn der mit den wenigsten Punkten? Internet. Natürlich. Natürlich. Well, das ist auch nicht für den Lager. Und man kann das nicht wahrnehmen.